Damit willkommen zurück. Neue Part, neues Glück. Bobby wieder mit dabei. Ja, da läuft eine Uhr ab. Diesmal mit Vorspann. Also in voller Länge. Bravo 1, okay. Wir sind in Stellung mit Sichtkontakt. Also, Kamarov fungiert im Hotel als unsere Augen und Ohren. Sobald er uns das Zeichen gibt, geht es los. Gut. So eine Scheiße. Anscheinend kommt Makarov zu spät zu seiner Beerdigung. Wir haben da freie Schussfeld. Dann kannst du ihm so viele Kugeln verpassen, wie du willst. Ich hoffe, ich werde die Scharfschützen, ja. Okay. Schauen wir doch mal. Blutsbrüder. Blutsbrüders. Auch ein interessanter Film. So. Gut. Ohne, ich habe ein mega... gar nicht mal so mega geile Scharfschützengewehr. Aha. 1, 2, 3, 4. Okay. Aha. Hä? Der ist es nicht. Okay. Also, Kamarov, Sie sind dran. Ja, schön, aber... Kamarov, hören Sie mich? Hat vergessen, es anzuschalten. Ganz egal. Makarov ist hier. Wir machen nach Plan weiter. Ich bin nicht der Aufbereit. Äh, hallo. Er ist auf dem Hotel. Wir haben dich. Aha. Es ist also 7 Uhr. So. Sehr unauffällig. Okay. Okay. Jö. Ist da noch was? Hä? Geht doch besser weg. Oh, alter. Alter Lachs. Du rettest mich, komm, schau. Zur Hölle, sagt er da. Halt zur Frau! Seife! Nein! Alter, au! Wie viele Stockwerke waren da zur Hölle? Alter! Oh. Glück gehabt, dass wir nicht, äh, hier, da, ne? So, und jetzt? Ja. 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 Ach, genau, die Mission war kacke. Ich entschuldige mich. So, geht hier lang. Kruppe, sieh... Alter, kannst du nicht schnell laufen? Ja, geh mal nicht auf Eier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Scheiße. Ja, ich will doch da durch zur Hölle. Oh, Mann. Ja. Ja, gut. Okay. Und jetzt? Wo soll ich hin? Achso. Oh. Absetzen. Hehe. Okay. Oh, ne, das ist der Igel? Ja, ich geh mal vor. Boah. Hallo? Hallo? Nee. Ähm. Der Sattige können wir mal schön behalten. Oh, hi. Geh ich nämlich mit? Achso. So, okay. Wo denn? Wo? Achso. Gut. Jetzt wollen wir noch einen. Okay. Gut. 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 Machen wir mal. Hallo. Ja. 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 Ich halte auch nicht an. Ja. Ich decke. Alter. Wieso gehen wir uns hier hinten in eine Ecke? Ja. Ja. Wieso? Ja. 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 Alter Ja ich kann euch gerade keine Deckung geben Ich bin halb tot Und aber rein ins Loch Okay Gut alles klar Ich helfe der Seifer Scheiße Soap ist tot? Scheiße Mein guter Mann Autsch Soap hat ihr vertraut? Ich dachte ich könnte es auch Also warum im Teufels Namen kennt Makarov dich? Ich war noch sehr jung und patriotisch als ich Wladimir Makarov Okay Okay Juri wach auf Sakaya würde nicht wollen, dass du das verpasst Dieser Deal wird Millionen für unsere Sache bringen Geld kann viel dienen kaufen Sogar macht Der Weg in unsere Zukunft beginnt hier Mein Freund Was soll das heißen? Es ist zu leicht Ich dachte wir hätten eine Abmachung Okay. 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 Hier ist es. Okay. Alter. Das war kein Krieg. Es war Wahnsinn. Was heute hier passiert, wird die Welt für immer verendlichst. Kann es aufhalten, in die Kleine zu tun. Okay. 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 So, irgendwie kriechen oder was? Ja. Okay. Scheiße. Okay. Okay. Moment. Du hast eine Pistole? Ja. Nimm das Ding. Okay. Alter, du bist hart... Du bist hart wie besoffen. Ich war ein russischer Soldat, kein Mörder von Unschuldigen. Aber in seinen Augen machte mich das zum Feind. Okay. Du hast dir etwas Zeit verschafft. Ja. Danke. Okay. 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 Okay.